Ich bin mal eingeladen hier und da ist ein Erfroß war so groß, dass man entschlossen hat, uns wieder einzuladen. Wir sind natürlich sehr stolz drauf, aber das erleben wir sehr oft. Zum Beispiel, letzte Wochenende waren wir zum 16. Mal beim Auto-Seknick-Museum, jawohl, beim Motorrad-Wochenende. Und das ist natürlich nicht umsonst. 16 Mal hintereinander und nächstes Jahr sind wir auch wieder da. Wir sind jetzt auf die Heimweg nach Holland. Ja, erst einmal nach Meindalbier. Und wir freuen uns immer drauf. Rimm und auf sein Will. Gebt auf Ihre Indien-Scouts. Steht auf Ihre Maschinen. Mutig muss man sein. Und natürlich Selbstvertrauen, damit man nicht runterrutscht. Es sieht so einfach aus, das ist es eben nicht, das kann ich euch erklären. Ja, es fühlt sich an, als ob man auf Glatteis währt. So ist das. Kommen wir.